Moin Moin und Hallo! Heute zeige ich euch, wie man eine Anzughose waschen kann. Die meisten Leute bringen diese Anzughose immer in die Reinigung. Das braucht ihr aber nicht. Moderne Maschinen schaffen das auch selber. Selbst die Bügelfalte kriegt ihr am Schluss wieder hin. Oder bei sehr guten Maschinen, wie bei unserer Bloomberg der Fall ist, ist diese Bügelfalte sogar noch immer da. Denn wir haben das schon mal probiert und es hat super funktioniert. Das einzige worauf ihr achten solltet ist, macht Reißverschlüsse zu und schaut euch natürlich mal die Taschen an, ob da nicht irgendwas drin ist, was so eigentlich nicht in die Waschmaschine gehört. Wie zum Beispiel Handys, Geld, Schecks etc. etc. So, wir waschen diese wundervolle Hose bei 40 Grad. Das heißt dunklere Wäsche, 40 Grad. Wir packen sie mit rein und damit freut ihr sich auch schon auf ihren Waschgang. Die ganz genau gehenden Menschen können auch noch hingehen und sie auf links drehen. Müsst ihr aber nicht, wie ihr seht, weil meine wurde auch schon des Öfteren gewaschen und sieht immer noch top aus. Jetzt kommen wir zur Waschmittelwahl. Wir sind ja heute in dem 40 Grad Celsius Bereich unterwegs, deshalb nutzen wir das Color Gel mit Cult Active Leuchtkraftformel, wie ihr seht. So, was steht denn da hinten drauf? Da steht erstmal die Wasserhärte. Wir haben weich und hart in der Tabelle. Das könnt ihr erfragen bei euren Stadtwerken, wie hart euer Wasser ist. In unserem Fall ist es weich. Dann habt ihr hier noch drei Bereiche, wo leicht normal und starke Verschmutzung anliegt. Wir haben also eine leichte bis normale Verschmutzung. Deshalb werden wir uns bei ca. 70 Milliliter aufhalten. Dazu gibt es vom Hersteller, den könnt ihr umsonst bestellen, diese Dosierhilfen und da steht ja auch hier an der Seite, wie viel was ist. Das heißt, wir werden uns hier zwischen diesem langen und diesem langen Strich aufbehalten. Und nun werden wir dieses Gel dort hinein geben. Einfach mal rein kippen, bis es die gewünschten Milliliterzahl erreicht hat. So, das ist ganz schön fein gemacht. Und danach werden wir diesen Verbund von diesem leckeren Waschmittel zu unserer Wäsche geben. Das heißt, das kommt in die Trommel mit rein. Und danach ist auch schon Waschzeit. Wenn ihr die Wäsche zusammen habt, dann schließen wir die Schatten und können zur Einstellung kommen. So, auf zur Einstellung. Wir machen die Waschmaschine an. Und schauen uns links die Seite an. Dort sind die einzelnen Programme geschaltet. Wir wollen ja 40 Grad Koch- und Buntwäsche machen. Also wir kochen nicht und wir waschen auch nicht so heiß, sondern wir werden bei 40 Grad waschen. Dann schauen wir uns noch den Rest an. Wer schnell waschen machen möchte, dann verzögert, also geht die Zeit ein bisschen runter. Aber der Energieverbrauch geht hoch, weil dann die Maschine schneller erhitzen muss. Und dadurch wird mehr Energie verbraucht. Aber es ist auch schneller, wie ihr seht. Also lassen wir es mal aus. Wir sind nämlich Öko-Menschen. So, die Schleuderanzahl ist in Ordnung. Damit müssen wir nur noch darauf achten, dass das Wasser anliegt an der Maschine. Dass das aufgedreht ist. Weil ohne Wasser läuft die Maschine nicht. So, 40 Grad Wäsche. Auf geht's. Genau. Und wir machen diesmal Schnellwaschgang. Okay. Weil nämlich überhaupt gar nichts erhitzt wird. Auf 40 Grad wird das nicht erhitzt. Wir machen... Suun-ずun! Vielen Dank.